Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play for The Beast- an Licht. Mit dem Christian !!!! Mit dem Kai. und mit dem Kai. Dieses Mal wieder, weil er immer in der Sim-Aufnahme ist, wo er noch Schule hat. Oah fehl so keihe! Also ich glaub er ist noch in der Schule. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch schon aus, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht hat er mir schon geschrieben. Mit dem Kaffel? Ich hätte auch nachgucken können. Aber jetzt hab ich deine Folge angefangen. Was haben die denn in der Gruppe geschrieben? Nix, weil ich kein Internet hab. Krass geschrieben. Geil, Chris hat kein Internet. Da werde ich wieder glücklich. Ich tu mal diese Apple Oak und so mal in die goldene Kiste. Warum? Die Apple Oak Saplings. Alter, da sind Blätter. Ich mag keine Blätter im ME-System. Ist mir egal, die musst du halt ertragen, du Arschloch, ey. Hä, was? Du hast Arschloch zu mir gesagt? Hab ich nicht verstanden. Was heißt das? Mama, Mama, was heißt das Arschloch? Das wirst du noch früh genug erfahren, wenn dich die Leute so nennen. Hä? Ach so. Das ist falsch, Rubber, das kommt da raus. Erstmal mein nicht geborenes Kind leidigt. Vielleicht hab ich schon ein Kind. Weiß ich schon nicht. Nein, Quatsch, hab ich schon. Silver Bell Sapling? Was ist das denn? Keine Ahnung, das lässt du da, ey. Hab ich nicht gesagt, ey. Das sind Bäume, die vom Spiel so programmiert sind. Vom Spiel so programmiert sind, ey. Ey, wir sind so vom Spiel programmiert, Alter. Ey, Mann, ey, was ist da los? Hast du nen Baum gefressen? Ey, woher weißt du das denn, ey? Ich seh doch das Holz. Oh nein. Oh, bitte nicht, ey. Äh, 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 äh. Hab ich überhaupt ne που... Oh stimmt, ich hab den sao. Äh, 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 äh. Was sagen, ey? Oh ja. Du hast dichheiten aufgeladen, was ist los? Das, das muss ich jetzt machen, das muss ich mir geben. Ja. So. Oh, die ist schon aufgeladen, krasser Shit. Emmm, ä'm- lifted. Krass der Shit wir haben aber wenig Seeds. Echt Seeds an Pflanzen, ja oder? 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 Ja? Echt Seeds an Pflanzen ja, gell. Im Prinzip wurscht ja pflanzechte an. Okay. Ich brauche ein Adventure-Aloi-Rezept. Ich brauche ein Adventure-Aloi-Rezept. Und dazu brauche ich zwei von den Dingern. Von den Dingern. Er braucht zwei von den Dingern. Braucht man Bronze dafür? Äh, ja. Ja, okay, dann bin ich richtig. Äh, das Kupfer? Da hin. So. Dann einmal das Rezept für Bronze. Man kann es auch anders herstellen per IC2, aber da hier dieses Crafting-Rezept gilt und man bei IC2 für dasselbe Geld nur zwei Bronze rauskriegt, ist es viel besser, so zu machen. Besonders muss man es dann auch als das machen. Und hier hast du schon die Barren und sowas. Das ist einfach, einfacher und bringt mehr. Ja, das ist echt einfacher. Es ist günstiger und bringt mehr, ja. Äh, ja, nein. Nein, es bringt mehr und es ist einfacher, so rum. Alter, ich bin voll verwirrt. Hast du mir schon wieder so Tropfen gegeben, Chris? Äh, meinst du deine Medikamente? Ja, die musste ich dir doch geben. Äh, da ist doch was drin, ne? Gib's zu. Äh, ja. Tropfen, dass du, dass du, dass du alles vergisst? Hä? Was hast du nochmal gesagt? Was? Äh, was? Hab ich jetzt aber nicht schon gesagt, oder? Was hast du nochmal gesagt? Wie konntest du nur, wie konntest du mir das antun? Was überhaupt? Was hast du nochmal gesagt? Was hast du mir angetan? Was hast du überhaupt gesagt? Ich mag Kekse. Oh, ja, die mag ich auch. Im Glück konnte ich mich daran erinnern, ey. Das ist wichtig. Ja, das ist aber echt wichtig, ey. Ja, natürlich sind Kekse. Also, wenn, wer Kekse sich liebt, der, der, der soll sich wieder aufhängen. Häng dich. Häng dich, ey. Äh, äh, Alter. Wer den Keks nicht ehrt, der isst die Schokolade nicht schwer. Alter, der Spruch ist geil. Aber hallo, den hab ich auch gerade erfunden. Häng dich. Warum? Ich kann doch Schokolade und Kekse. Weil du es kannst. Oh nein, willst du, dass ich das spürte? Oh nein! Vergessen, die Uhr zu stellen. Nein! Bei deiner Folge. Ich hab zwar ein Bronze-Rezept reingelegt, was an sich ganz gut ist, aber... Du bist so dumm, um es zu... zu herzustellen. Hab ich nicht schon Adventure-Alo rein? Nee. Aber es gibt noch eine bessere Methode, Adventure-Alo herzustellen! Adventure-Alo aufzustellen! Und zwar mit... Forged! Ja, ich weiß. Hast du das nicht so gemacht? Brauchst du doch keine Bronze? Ey, Kai, du bist doch echt behindert, Alter. Nee, das ist mir eingefallen. Gerade bevor... Wie ich encoden wollte, ja. En-encoden? Das heißt so. Ich find's aber geil. Encode... Ich encode erstmal. Wie Christ dabei denkt, irgendwie Scheiße abzuwischen oder so? Ja! Ich encode mal schnell. Alter, ich geh mal schnell aufs Klo encoden. Ich mach da keimisch erstmal aus, ey. So Freude hab ich, so Freude hab ich, ey. Ja, natürlich. Das ist toll. Ist es doch? Es war voll ins Mikrofon gehustet. Nein, ich hatte meine Hand davor, hallo? Ach so, ja gut. Erstmal voll professionell, erst mal voll ins Mikrofon. Rosten, ey, wir sind ja voll... Oh, da müssen wir was einmachen. Oh, Erfahrung. Woher kommt das Uran her? Ähm, 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 hab ich gefunden auf der Straße. Es war schon angereichert. Was konntest du dir vorstellen? Chris kommt so nach Hause, in seiner Straße. Woher hast du denn das Uran? Auf der Straße gefunden. War schon angereichert. Ist nur ein alter Brennstab. Ich baue keine Atomung. Wieso glüht der noch so? Keine Ahnung. Warum liegen Haare auf dem Boden? Ach, nur so. Ich werd alt. Ich werd alt. Passiert schon. Passiert schon, oder? Ach, so, wennst du das? Was willst du zu essen? Ich werd alt. Und du hast doch eben so gemacht, ne? Ja. Und in dem Moment fliegen dir so alle Haare vom Kopf. Ist das normal, Schatz? Ja, ja. Ja, ja. Das ist doch voll behindert sein. Lass mal bitte voll behindert sein. Behindert sein. Behindert sein. Das behinderte Lied. Hä, was? Für Christian. Ach, der Kai, ey. Jetzt hab ich mich in die Beine gebrochen. Au, 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 au. Au, 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 au. Was hast du denn gemacht? Ich bin in den Pfützenraum gesprungen. Schon wieder einen fremden Pfützen, Chris? Es tut mir zu leid. Aber ich konnte mich nicht beherrschen. So. So. Unturned. Das ist ein Insider von unserem alten, weil wir mal, wir hatten, ich weiß nicht, ich erzähl mal, wir hatten mal einen älteren Kanal, ja, und wir haben auch so ein Infovideo gemacht von wegen neuen Kanal und so, hat sich irgendwie was, keine Ahnung, komischerweise, die, 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 die anderen Videos schon, ja, die wurden angeguckt, ja, aber irgendwie nicht das Infovideo für den neuen Kanal, keine Ahnung. Wenn sie, wenn sie nicht wollen, dann haben sie schon, ja. Wenn sie nicht wollen haben. Auf jeden Fall hatten wir da, ähm, so ähnlich, äh, Take It Light hatten wir da gemacht, ja. Ähm. Da hatten wir Take It Light gemacht, und da, da, da kamen so, 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 so Witze kommen daher, ja, und es ist da so ein Insider daraus, ja. Muss man gesehen haben. Muss man gesehen haben. Mhm. Ähm. Und besonders in Alarmenlage. Es sind hier keine Zehn mehr. Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ey, warum sind's hier nur noch neun? Ey, scheiße, ey. Also bekloppt einfach. Okay. Ja, das hab ich mir auch gefragt, warum's da nur noch neun sind. Ich hab mich auch grad gefragt. Oh nein. Oh nein. Das hat mich verwirrt. Oh nein. Verschieb einfach den Weg, dann geht's wieder. Ich weiß, aber dann müssen wir das wieder abreißen. Oh nein. Was willst du wieder abreißen? Ja, um eins verschieben. Aber ist dann das hier nicht so wenig? Warte mal kurz eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, acht, neun. Hier sind's auch nur neun. Und wie viel sind's hier? Da sind's zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Der ist generell, der Weg ist hier zu nah am Haus. Kann das sein? Der ganze Weg müsste zwei nach hinten. Kann das sein? Kann das sein, dass ich mich da verzählt hab. Oder du lässt's einfach neun, neun. Aber dann kommst du mit deinen Wasserstellen nicht so hin. Dann rücken die einfach eins aneinander. Dann wird das Innere vier, dann halt nur noch drei. Mach doch so, dann ist hier halt nur noch drei. Die bleiben weiterhin weg, zwei vom Rand weg oder so. Du gehst... Wie sieht's denn hier überhaupt aus? Nein, das wüsste ich nicht, wie du's machen solltest. Hier sind auch zehn hier auf der Seite. Wenn du hier eins, zwei... Nur hier, hier müsste ich dir um zwei verschieben. Möchtest du echt alles abreißen? Ja, einfach den Weg um zwei nach weiter nach verschieben. Mach doch einfach so. Nein, Mann. Das geht doch vollkommen klar. Nein, das möchte ich aber nicht. Ach, Gott. Heilsuse. Oh nein, nein, nein. Du bist ein kleiner Mama. Eins, zwei. Oh, bist dahin. Das ist behindert, ey. Du bist behindert? Ja, jetzt muss ich das abreißen. Alter, wie die Zapplinge so saukomisch aussehen. Das ist richtig... Oh, well. Warte, hier stimmt's. Auf der anderen Seite stimmt's auch, okay. Wie sieht's denn hinten überhaupt aus? Ja, ja, ja. Wenn ich jetzt wieder laut zählen würde, dann würde Chris sagen, Oh, Kai kann bis vier zählen. Ja. Das würde der echt bringen, ne? Das hat er schon mal gemacht. Und wird's wieder und wieder und wieder tun. Und wieder und... Okay, ich hör auf. Es tut mir ja so leid. Es tut mir so leid, Chris. Oh, kein Problem, ey. Oh, wobei, nein, 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 nein. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Hier müssten wir eigentlich auch noch eins nach außen. Nein. Hast du noch einen Fehler gefunden? Ja, ganz hinten im Haus. Also die hintere Straße müsste eigentlich noch eins weiter nach außen. Genau um einen Block, wenn ich mich dann nicht verzählt habe. Das kannst du ja schon mal machen. Wäre lieb von dir. Danke, Schatz. Hier, guck mal. Da sind vier Abstand, außer bei den Eckblöcken hier. Da sind's nur noch drei. Ach so, ist das jetzt mal aufgefallen? So. Zwischen den Wasserstellen sind vier Abstand immer, außer hier. Die Ecke mache ich anders, ein bisschen. Oh. Bisschen anders gemacht. Ich hätte die so gelassen. Du kannst dir auch mal helfen, dann würde es vielleicht ein bisschen schneller gehen. Ich habe Löcher gebuddelt. Oh, jetzt helf mir mal, bitte. Hallo? Ich habe Löcher im Sandkasten gebuddelt. Boah, ey. Jetzt erst mal hier das da wegmachen. Oh, das ist halt schon ein bisschen behindert, dass ich da einfach so einen Fehler gemacht habe. Ja, aber das ist halt so. Ja, ich gebe mir auch offene Nähdich zu. Das kannst du stehen lassen. Stopp, 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 stopp. Das kannst du stehen lassen. Ist doch egal. Alter, das hättest du stehen lassen können. Ja, ist doch egal. Wegen den paar Blöcken mache ich mich dann nicht rum. Oh, Mann. Ey, ich habe gedacht, wann werde ich verschont geblieben. Aber nein. Macht nix, macht nix. Boah, ey. Lass sie doch da, die eine Seite, Chris. Die kann da bleiben. Oh, nein. Guck doch hier. Guck doch hier, Chris. Guck doch da. Das kann da bleiben, die zwei Linien. Ach, aber. Hab ich schon gesagt, die ganze Zeit. Ist da ganz vereiskalt? Nein. Ich glaube, dass du das jetzt auch schon zwei verschoben hast. Ja, ich bin doch nicht bekloppt. Was? An die Folge ist rum, Chris. Dann würde ich sagen, wir werden nicht vergessen und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.